Wir wollen uns selbst überraschen, bevor wir unsere Zuhörer überraschen. Und in turn sind unsere Zuhörer überrascht. Und hoffentlich werden sie jemand anderes überraschen. Im Juni bieten sich die einige Gelegenheiten, System of a Down und ihre neuen Songs live in Österreich und Deutschland zu erleben. Neben Club-Shows in München und Berlin kommen die Jungs auf die größten Festivals. Southside, Hurricane, Area 4 und Nova Rock. Und diese Acts erwarten dich beim Vier-Tages-Festival in Nickelsdorf noch. Audiously. Money Brother. Die Ärzte. Weezer. Marilyn Manson. For the Societies. Und Green Day. Um nur ein paar zu nennen. Und sicherlich werden System of a Down bei ihren Shows bereits die Songs des zweiten Album-Teils, Hypnotize, spielen, der noch heuer rauskommt. Der Grund, warum System of a Down 2005 gleich zwei Alben rausbringen, ist einfach. Sie haben so viele neue Songs. Wir fühlen, dass es nicht fair war, die Songs, 30 Songs an einem Tag, so wir separateten sie in ein paar Sekunden. Und wir sind, you know, stolz davon. Wir sind stolz davon, dass sie in einem Tag einladen. Das Artwork für Mesmerer als Hypnotize stammt übrigens von Daryl Malakians Vater. Drei Mitglieder von System of a Down haben armenische Vorfahren und lernten durch ihre Familien die Kultur des Nahen Ostens kennen. Neben der Musikwelt, die politisch-kritischen Inhalte ihrer Texte auf. Wobei der Band wichtig ist, nicht nur einfach dagegen zu sein, sondern die Geschehnisse in der Welt zu reflektieren. Es ist kein Anti-Nuthing, es ist nur Anti-Nuthing. Es ist mehr über unsere Gedanken sprechen, leben in dem Weltall, in dem wir leben. Und wenn die Welt verändert, wird unsere Musiker verändert. Und wir leben in diesem Welt, das geht durch, was es geht durch. Und wir expressen das, nicht unbedingt auf einer Seite oder auf der anderen Seite. Wir expressen das. Nach einer Amerika-Tour mit The Mars Walter, Common System of a Down in der Mai auf Europa-Tour. Wie gesagt, im Juni kannst du sie live beim Nova Rock Festival in Österreich erleben. Das solltest du dir keinesfalls entgehen lassen. Das gilt auch für die Stunde GoTV-Programm, die die Jungs für dich vorbereitet haben. Hosted by GoTV-Special-Guest System of a Down. Wir werden auf GoTV-Programm be-hosten, spielen einige von deinen Lieblings-Videos von Wham, ABBA, Falco. Billie Holiday, Bad Brains, Neil Young. Check es out. GoTV, be part of it. They always are the part!